ja hallo hallo guten morgen freunde ich bin's mal wieder der alex so wir fahren jetzt nach langenfeld da in der nähe von dem asia palace da gehen wir aber diesmal leider nicht essen sondern ich treffe mich da mit dem forza chris der braucht nämlich einige sachen für seinen roller und er hat noch keine navigation und möchte sich auch eine navi halterung holen und zwar bei louis auch eingepennt hier der typ ja und da fahre ich mit ihm sozusagen ich habe ja eine navi halterung mit meinem navi fahrer dann nach louis und fahren da ein bisschen sachen einkaufen ich weiß ja nicht was er so alles holen möchte aber wahrscheinlich einiges sein ja schauen wir mal ja junge hier ist keine 30 heute ja gut wir fahren ja schon 46 ja da bin ich mal gespannt was der forza chris da alles kaufen möchte vielleicht eine abdeckhaube ich weiß ja nicht wo dem sein roller steht ob der draußen steht aber sich ein bisschen motoröl direkt holen möchte oder verschiedene andere sachen schauen wir einfach mal ja ja auf der autobahn können wir ja nicht ganz so schnell fahren wie gesagt er ist ja noch in der einfahrphase denke ich mal aber so 80 90 kann man schon fahren der forza läuft ja 120 laut tacho dann wird er ja wohl nicht überdrehen wenn er da mal ein bisschen 90 fährt 80 90 ist okay gucken wir mal natürlich heute bomben wetter heute nachmittag sollte wieder regnen jetzt soll es erstmal trocken sein ja aufnahmetechnik von der kamera finde ich wird immer besser ich bin immer so feinheiten da am rausfummeln da mir ja keiner irgendwie so eine einstellung sagt wie die das machen einstellung ist bei mir jetzt 1080 x 48 fps und rocksteady aber nicht rocksteady plus sondern nur rocksteady aufnahmetechnik weit aber nicht mehr ganz weit so wie früher dadurch sind die aufnahmen jetzt auch ein bisschen klarer und ein bisschen besser geworden vor allen dingen dieses nachschärfen das ist jetzt irgendwie weg das finde ich gut ja 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 da wollen wir gucken dass man jetzt nächste woche vielleicht den rollertreff da organisieren ja ich denke mal da wahrscheinlich vielleicht ist es ja auch ein bisschen warm bisschen schön morgen war mir zu risikoreich da sollte ich ja wieder zwei dreimal tagsüber auch regnen und ich möchte nicht aber uns da beim regen treffen da kommen dann wieder zu wenig komm jung gib ein bisschen jassi ja wofür habt ihr die ganzen hubraum und die ganzen ps schweres dickes motorrad ist normalerweise überhaupt niemals schneller wie ich niemals ja als sei denn natürlich die halten sich überhaupt nicht an die geschwindigkeitsbeschränkungen und fahren wie die verrückten dann habe ich natürlich keine chance aber ich weiß nicht ob man dann besonders lange so rum fährt irgendwo steht dann die polizei auch mal mit dem radar denken dann ein bisschen führerschein schneller los wie du gucken kannst also ich finde so ein bisschen an die geschwindigkeitsbeschränkung sollte mich man sich schon halten mal zehn mehr ist ja okay aber die raserei kann man ja außerorts machen da oben im oberbergischen land da ist ja überwiegend 100 da kann man ja da mal ein bisschen schneller fahren ja weil ich es unbedingt machen muss dann ist die fliehkraft gerichte wo sich unbedingt wechseln die sind jetzt fast 14.000 kilometer drinnen und ich muss mir die unbedingt mal angucken ob die gewechselt werden müssen die laufen noch unheimlich gut ich habe ja die doktor pulli drin da bin ich so zufrieden mit unglaublich wie gut diese fliehkraft gewichte da laufen und ich habe ja noch die von malossi und ich habe noch die von leo vinci ich werde glaube ich die leo vinci als nächstes einbauen einfach um die mal zu testen aber ich werde mir in zukunft nur noch die von doktor pulli holen weil die einfach total super sind diese gewichte also wie gesagt die fliehkraft gewichte davon doktor pulli diesen spitzen mäßig also bis jetzt nur gute erfahrung damit gemacht laufen super laufen die fallen ich merke auch gar kein verschleiß irgendwas ist irgendwie wie am ersten tag fast ziehen immer noch gut hoch alles mögliche nach der hat hinten im nummernschild dieses e wieder das hinten dieses e dann ist ein elektrowagen elektrofahrzeug ein jeep wo und die ausschauen nur elektroautos ist glaube ich nur ein elektrowagen na ich halte ja von dem ganzen elektro die döner halte ich ja nicht viel ja ist ja allgemein bekannt dass ich da nicht viel von halte vor allem wo soll denn der ganze strom herkommen die demnächst die ganzen autos brauchen wenn die verbrenner weg sind ja ist überhaupt nicht zu schaffen honda bali war das gewesen auf der anderen seite habe ich auch früher gehabt noch in der pari das war ein super roller da war auch der einzigste roller der wirkliche echte 5 ps hatte durfte noch 50 durfte der noch laufen da bin ich 89.000 kilometer mit gefahren mit dem honda bali wie gesagt er durfte 50 laufen aber der ging gut laut tacho ging der 65 war schöner roller war das gewesen brauchte man auch keine drossel raus bauen habe ich nicht frisiert der lief wie ein uhrwerk lief das dinge honda ist sowieso gut die ganzen honda dinge auch die honda autos laufen sehr gut so mal gucken ist der forza chris ist er schon da der ist noch nicht da ja ist aber normal dass er noch nicht da ist ist so noch zeit mehr wie zehn minuten ach kommt er da vielleicht jo da ist er sogar das war er gewesen gerade da fuhr er gerade vorbei ja da ist er der forza kommen sehen wir mal zu da hinten erstmal anhalten kurz wenn die mal fahren hier gehen sie jetzt wird so gefährlich mit ihnen aber der sieht schon schön aus der rolle ja wenn du da so fährst und so immer traumhaft ich habe dich ja gesehen wurde da angekommen bist ja gut aber du hast geguckt auf die landkarte ja ja aber die brausen navi auf jeden fall ja da kommst du nicht drum rum so ich mache schon mal wie an jetzt hier so kristall ist deine spur und das meine du fährst mehr rechts ich mehr links ja ist besser weißt du ja ich von hinten will ich nicht weißt du ich kenne das wenn typen sich von hinten anschleichen das kenne ich da ist gefährlich ja autobahn ist die einzige stelle wo der chris theoretisch schneller ist weil er läuft 120 meiner läuft 115 aber da ist ja auch egal so freunde da sind wir auch schon gleich luis motorrad fachgeschäft in köln pesch im gewerbegebiet denn ich schon aus wenn ich den weg um du das ja die 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 du 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 Das hat aber gut geklappt, ja. Du fährst aber ziemlich gut, ja, dafür, dass du das erste Mal sozusagen Roller fährst. Ja, das heißt doch gar nichts. Manche haben auch die Prüfung bestanden, die fahren wie die letzten Eierbären. Ja, die fallen ja bald um in der Kurve und alles, verstehst du? Das heißt nichts, wirklich. So, Christian, erzähl doch mal, was möchtest du jetzt gerne alles hier bei LUIS in Köln im Gewerbegebiet PESCH, was möchtest du denn da alles kaufen? Ja, ich glaube, Hauptteil wird sein, dass ich mir weder eine Handyhalterung oder ein Navigationssystem mir hole. Ja, ja, das ist ja auch wichtig. Da überlege ich halt noch, okay, Handyhalterung oder Navi, je nachdem, ich weiß halt nicht, wegen der Vibration etc., hat man ja schon mal darüber gesprochen, privat, dass das ja nicht so gut für die Handys ist. Ich bin da noch mal so ein bisschen, ja, unentschieden, sag ich jetzt. Ja gut, du hast aber auch ein sehr teures Handy, sehr hochwertiges, mit diesem optischen Stabilisator und all da drin, diese Linsen. Ja. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und ja, und dann halt noch so ein Helm mit, äh, mit diesem Intercom eingebaut, ne, so Sena, äh, Impulse. Dass du auch, äh, telefonieren kannst, oder wie, oder mit anderen sprechen, oder? Ja, Musikhören, mit anderen sprechen, Navigationssystem direkt im Helm hören und sowas. Achso, da sind so mehrere Sachen mit möglich. Ja. Du bist ja so ein Technikfreak. Ja, du bist ja so ein Technikfreak, der kennt sich ja da gut aus mit den Sachen. Ja, dann trinken wir jetzt immer unseren Kaffee hier, der übrigens umsonst war. Den trinken wir jetzt erstmal. Da hinten sind wir Kaffee kostenlos. Ja, und dann gehen wir gleich mal rein, ja. Tja, der Chris sucht immer noch seine Handyhalterung. Und Chris hast eine Handyhalterung gefunden. Naja, hier ist, hier ist was mit Schrauben. Motor. Ja. Such die Sache. Das ist für das S22 Ultra. Ich ja, da nützt das ja nichts. Aber das, ja, das müsste die gleiche Größe sein eigentlich. Ja, hallo Freunde. So, dann wollen wir am Ende nochmal ein kleines Fazit ziehen über den Einkauf bei Luis. Wie war das gewesen? Ja, gut war es gewesen. Hat Spaß gemacht, da hinzufahren. Der Chris, der hat zwar ewig gesucht und aber trotzdem was gefunden. Er hat zumindest einen Helm gekauft. Die Handyhalterung hat er sich anschließend dann glaube ich bei Amazon bestellt, weil er nicht das passende da für sich gefunden hat. Aber die Auswahl bei Luis ist riesig. Also der hat für alles irgendwelche Sachen. Manche Sachen sind auch gut im Angebot. Muss man halt gucken, dass man mal eine Angebotswoche da erwischt. Man kann ja im Internet schauen, was da im Angebot ist und was nicht im Angebot ist. Zum Beispiel kann man ja sehr gut da Ölfilter kaufen, Öl, Werkzeug, Zubehör, ja, natürlich Kleidung in allen Variationen und alles mögliche, was man so braucht. Ja, Handschuhe, Jacken, Hosen mit Protektoren, ohne Protektoren, Jeanshosen mit Protektoren drin. Also auch selbst eine normale Kleidung, die normal aussieht, aber dann eben zum Motorradfahren beziehungsweise zum Rollerfahren geeignet ist. So Freunde, ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Ich werde nächste Woche, werde ich nach Honda fahren. Mal gucken, was ich da für Maschinen fahren kann. Ich würde ganz gerne die neue PCX fahren beziehungsweise vielleicht noch ein paar andere 125er. Schauen wir einfach mal, was wir da machen können. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da für das Video. Macht's gut, bleibt gesund und ich sag mal bis bald in alter Frische. Tschüss, sagt der Alex.